Der Automobil- und Industriezulieferer Schäffler hat in München seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Mit einem Umsatz von über 14 Milliarden Euro und einem Konzernergebnis von 980 Millionen Euro zeigte sich Vorstandschef Klaus Rosenfeld zufrieden. Die Schäffler Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 ein Konzernergebnis von 980 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 14 Prozent und das höchste Konzernergebnis, das die Schäffler Gruppe in ihrer Geschichte erzielt hat. Auch 2017 investierte Schäffler kräftig. Insgesamt flossen rund 1,3 Milliarden Euro in Zukunftsprojekte, unter anderem in Forschung und Entwicklung. Schäffler konnte in diesem Jahr knapp 2400 neue Patente anmelden. Damit rangiert das Unternehmen erneut unter den Top 3 der innovativsten Unternehmen in Deutschland. Wir haben im Jahr 2017 1,3 Milliarden Euro investiert und 3500 neue Arbeitsplätze geschaffen, davon 500 hier in Deutschland. Mit dem Zukunftsprogramm Agenda 4 Plus One beschleunigt Schäffler seine Transformation und bereitet sich auf die Herausforderungen der Zukunft vor. Insgesamt investiert das Unternehmen hier rund eine Milliarde Euro. Rund 1000 Mitarbeiter arbeiten direkt an der Umsetzung dieses Zukunftsprogramms mit. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Elektromobilität, Industrie 4.0 und die Digitalisierung. Wir haben im Laufe des Jahres 2017 unser Zukunftsprogramm, die Agenda 4 Plus 1, weiter vorangetrieben. Mit diesem Zukunftsprogramm wollen wir die Schäffler Gruppe auf die Zukunft ausrichten. Wir wollen beweglicher, schneller und mutiger werden.